Musik Wir sind hier in der EHAWAG in Düberdorf bei der Abteilung Sozialwissenschaftliche Innovationsforschung. Traditionell hat man Wasser in verschiedenen Problembereichen organisiert. Man hatte z.B. Gewässerqualitätsprobleme und dann hat man das mit Abwassereinigungsanlagen gelöst. Oder man hat Probleme mit der Wasserkraftnutzung und hat entsprechende Gesetze eingeführt. Und jetzt merkt man zunehmend, dass an den Schnittstellen, weil Wasser ja fliesst und alles verbindet, dass es an den Schnittstellen Reibungspunkte gibt und Reibungsverluste, wenn man das zusammen anschauen würde, wo man bessere Resultate erreichen könnte. V.a. wenn man schaut, wie es in Zukunft, was für Herausforderungen an das Wassermanagement in der Schweiz gestellt werden, dann sieht man, dass die bestehenden Strukturen schnell mal in Schwierigkeiten geraten könnten. Und wenn man weiss, wie lange es dauert, bis man solche Strukturen verändert hat, sei denn Infrastrukturen, aber auch Verwaltungsstrukturen, dann muss man früh genug anfangen, sich Gedanken zu machen, wohin man überhaupt gehen sollte. Es hat sich im Projekt eigentlich herausgestellt, dass wir mit zwei Begriffen unsere Arbeit gut strukturieren können. Einerseits das, wie wir sagen, das IWG, also Integrierte Wasser Governance, und andererseits das IWM, die Integrierte Wassermanagement. Das Integrierte Wasser Governance haben wir v.a. auf der Ebene von einzelnen Kantonen angeschaut. Und da gibt es vielleicht als zwei Beispiele, was interessant ist, hat man einerseits den Kanton Bern, der eine sogenannte Wasserstrategie ausgearbeitet hat, also ein Strategiepapier, das ämterübergreifend die Koordination erleichtern soll, und hat nicht so ein starkes Gewicht gelegt auf die Gesetzesreform. Hingegen den Kanton Freiburg, die haben einen sehr starken Fokus gelegt, haben sie auf die Gewässergesetzgebung und haben ein neues, integriertes Gesetz definiert. Und jetzt müssen wir erst schauen, wie da Integration unter diesem gesetzlichen Rahmen am besten erfolgen kann. Das IWM, das bezieht sich mehr auf konkrete Projekte. Das Beispiel Multiru ist ein ganz interessantes Beispiel, ein Projekt, wo relativ viel integriert wurde. Olivier Che mit seinem Büro hat das genauer untersucht, und wo man von dem her ganz viel lernen kann, auch für andere Projekte in der Schweiz. Ah, ja, das Multiru ist ein excellentes Beispiel. D'abord, weil wir ein Bassin versant haben. Dann haben wir alle Probleme. Wir haben die Ehebäude, die manchmal aufgelistet sind. Wir haben die Probleme der Pölkungen des Kurses. Wir haben die Probleme der Manche d'Ehebäude im Winter. Wir haben alle Probleme der Koordinierung, die verschiedenen Planificationen der Ehebäude in den verschiedenen Kommunen. Wir haben alle Probleme, die wir wollen, und wir erreichen, dass wir mit der Gestion Integreie des Ehebäude lösen können. In dem Projekt der Ehebäude, wir documenten die Ehebäude, die notwendig sind für die Ergebnisse der Ehebäude zu erreichen. Und wir versuchen, die verschiedenen Typen des Ehebäude zu verändern. Die Ehebäude, die wir hier haben, zum Beispiel die Ehebäude. Die Ehebäude und die Ehebäude, die Ehebäude und die Ehebäude und die Ehebäude zu verändern. Die Ehebäude und die Ehebäude, die Ehebäude und die Ehebäude zu verändern. Die Ehebäude und die Ehebäude sind extrem viel simplifikiert. Und wir sind auch proprietärs der gesamten Ehebäude. Aktuell, heute, auf dem MultiRue, wir haben eine Professionelle, die die Ehebäude und die Ehebäude zu verändern. Und die Ehebäude und die Ehebäude sind 100% orientiert in den Bereich der Ehebäude und die Ehebäude. Und die Ehebäude ist identisch. Die Ehebäude und die Ehebäude und die Ehebäude und die Ehebäude und die Ehebäude zu verändern. Die Ehebäude und die Ehebäude und die Ehebäude und die Ehebäude und die Ehebäude zu verändern. Was man aufgrund von MultiRue? Ich glaube, dass es eine wichtige Sache ist. Erstens, es braucht eine gute Basis Technik. Es braucht, auf dem Technikien, die Ehebäude sind perfekt und solide. Es braucht auch eine excellente Information und Unterstützung des Publikums. Wir haben viele Zeit in den verschiedenen 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 Kommunen, und die Ehebäude und die Ehebäude zu informieren, die sich in den Kommunen informiert und die Ehebäude und die Ehebäude zu verändern. Es braucht auch die Ehebäude und die Ehebäude zu verändern. Ein weiteres Element ist die Ehebäude und die Menschen, die in den Kommunen, in den Kommunen, pilotierten und engagierten den Projekt. Ich glaube, es sind diese drei Dinge, die wir haben. Die Ehebäude und die Ehebäude und die Ehebäude zu verändern. Die Ehebäude und die Ehebäude und die Ehebäude und die Ehebäude zu verändern. Bottomline Bottomline Mont deine Ehebäude und die Ehebäude und die Ehebäude und die Emotionen. Los äubleses. Davibly lentieren! Vielen Dank.